Einen wunderschönen guten Nachmittag zusammen. Ich begrüße Sie heute erneut aus Berlin, heute ganz aus Berlin. Thema der heutigen Sitzung ist die Frage, gibt es nicht doch etwas, was alle Formen von Rassismus gemeinsam haben? Christina Leppold ist Ihnen in der vergangenen Woche schon vorgestellt worden. Dasselbe gilt für Daniel James, der heute kommentieren wird. Deswegen nutze ich die ersten vielleicht vier Minuten für einen kleinen sortierenden Rückblick. Sie haben in der letzten Woche erneut etwas gehört über Mehrdeutigkeit, über Thick Concepts, über Essentially Contested Concepts, über Wahrheit und auch über das, was Friedrich Weismann Open Text schon nennt. Auch Markus Schrenk hatte dazu zum Teil in der ersten Sitzung schon gesprochen. Ich wäre Ihnen aber nicht böse, wenn Sie das ein bisschen unübersichtlich finden. Was uns, glaube ich, gut täte, wäre eine Überblicksfolie, und zwar eine Überblicksfolie im Bereich der verschiedenen Arten semantischer Unbestimmtheit. Voila. Semantische Unbestimmtheit heißt hier, der Sinn eines sprachlichen Ausdrucks legt die Klasse der Gegenstände, auf die er zutrifft, nicht eindeutig und trennscharf fest. Da kann man erst mal an Mehrdeutigkeit denken. Bank, Schloss. Rassismus wird eher nicht so funktionieren wie Bank oder Schloss, dass wir also mehrere diskrete Extensionen haben. Vielleicht funktioniert es so wie Realismus. Man nennt das manchmal systematische Mehrdeutigkeit. Und bei Rassismus stellt sich ja nicht zuletzt die Frage, sind die verschiedenen Spielarten von Rassismus mit oder ohne Adjektiv davor? Sind das alles Spezies eines gemeinsamen Genus oder ist das nicht der Fall? Das heißt, ein mehrdeutiger Ausdruck hat mehrere voneinander unabhängige Klassen von Gegenständen, auf die er zutrifft. Und bei Wahrheit ist das anders. Da gibt es einen kontinuierlichen Übergang vom Zutreffen zum Nicht-Zutreffen. So wie bei Rot, Grün oder beim klassischen Beispiel Sandhaufen. Sandhaufen, Haufen, Suritis hat dieser Art von Wahrheit den Namen gegeben. Also diejenige Art von Wahrheit, wo wir die Randbereichsunschärfe haben und die Grenzfälle in der Grauzone. Es geht bei Wahrheit um fehlende Trennschärfe in einem Kontinuum. Bei Mehrdeutigkeit geht es um fehlende Eindeutigkeit bei der Wahl zwischen mehreren Bedeutungen. Dann gibt es die Bündelbegriffe, Cluster-Concepts, die nennt man manchmal auch kombinatorisch vage. Ein klassisches Beispiel, kam letzte Woche glaube ich auch vor, ist Religion. Da gibt es einen Pool von Merkmalen, aus dem alle Religionen irgendwelche Teilmengen erfüllen müssen, ohne dass es ein einziges Merkmal gibt, was alle Religionen haben müssen, sodass sie Religionen sind. Das ist das, was Wittgenstein einzufangen versuchte mit der Metapher der Familienähnlichkeit. Dann gibt es die Kontextabhängigkeit im Sinne der Relativität zu einer Vergleichsklasse oder einem Vergleichsstandard. Jemand, der 1,85 Meter groß ist, der ist eher klein für einen Basketballspieler, bleibt aber in anderen Kontexten groß. Und ganz neu, Open Texture seit letzter Woche. Unvorbereitet sein auf neue, ungewöhnliche, unabsehbare Fälle. Das Beispiel von Daniel James war das von Hart, das Verbotsschild No Vehicles in the Park. Als dieses Verbot erlassen wurde, gab es noch keine Elektroroller. Und jetzt kann man fragen, sind die mit gemeint oder nicht? Ob das gut auf Rassismus passt, Daniel, weiß ich eher nicht, weil über die Bedeutung von Rassismus wird ja jetzt schon gestritten. Und nicht erst in Bezug auf zukünftige, unabsehbare Fälle. All diese semantischen Phänomene können wohlgemerkt auch in Kombinationen auftreten. Ein Ausdruck kann in einem Kontext mehrere dieser eigenen Arten zeigen. Und das kommt auch immer mehr vor. Was auf dieser Folie fehlt, sind die Thick Concepts. Die gehören da auch nicht hin. Weil Thick Concepts ist keine Art von semantischer Unbestimmtheit. Die sind einfach in unserer Vorlesung aus anderen Gründen interessant. Dasselbe gilt für die Essentially Contested Concepts. Ich habe Ihnen dazu nochmal die ursprüngliche Erläuterung von Galley kondensiert. Die enthalten mehrere definitorische Komponenten, die sich Interessengeleitet unterschiedlich gewichten lassen. Das ist Cluster Concepts, Familienähnlichkeit. Aber halt mit dieser politischen Note. Die SprecherInnen wissen um die Umstrittenheit und sie versuchen das eigene Verständnis im Meinungskampf durchzusetzen. Die Beispiele Demokratie, Freiheit, Kunst übrigens. Alle von Galley selbst. Und dann haben wir noch den Ausdruck Concept Creep. Das ist ein jüngerer Ausdruck, der von Nick Haslam kritisch gemeint ist. Und der die Tendenz bezeichnen soll, den Anwendungsbereich eines Ausdrucks wie Trauma oder Vorurteil schleichend auszuweiten. Also nicht überhaupt auszuweiten, sondern schleichend, ohne explizite Begründungen auszuweichen. Ja, soweit meine beiden Überblicksfolien. Jetzt hat Christina Leppold das Wort. Dann erstmal danke an Gerd Keil, an Markus Schrenk und an Anna Schriefel für die Organisation dieser Vorlesungsreihe. Und natürlich auch an alle studentischen Mitarbeitenden, die hier so tatkräftig bei der Durchführung der Vorlesungsreihe unterstützen. Und auch natürlich danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier Gelegenheit habe, mit Ihnen gemeinsam über ein Problem nachzudenken, das mich tatsächlich schon etwas länger beschäftigt. Ich möchte meinen Vortrag heute mit einigen Beispielen beginnen, mit echten Beispielen, mit Beispielen aus der Welt, in der wir leben. Und ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von echten Beispielen nicht unproblematisch ist, wenn es um Rassismus geht. Denn man kann immer nur eine begrenzte Auswahl von Beispielen geben. Das heißt, die überwältigende Mehrheit von Fällen bleibt unerwähnt. Zudem reproduziert man mit Beispielen unweigerlich zu einem gewissen Grad rassistische Stereotype. Und man riskiert vor allem auch, dass dadurch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, verunsichert oder im schlimmsten Fall sogar aufs Neue verletzt werden. Wenn wir über Rassismus sprechen, dann sprechen wir aber eben nicht über hypothetische Szenarien, sondern wir sprechen über ein politisches Problem. Ein Problem, das in unserer Welt existiert. Und unsere Welt ist oft hässlich und ich glaube, dass es wichtig ist, die Hässlichkeit der Welt auch in akademischen Kontexten wie diesem hier zumindest in Ausschnitten präsent zu machen, um sich daran zu erinnern, worum es am Ende geht. Am 19. Februar 2020 tötete ein rassistisch motivierter Mann neun Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund in Hanau. Sie sehen hier ein Bild einer Demo in diesem Jahr, vier Jahre nach dem Anschlag. Nur wenige Monate vor dem 19. Februar 2020, im Oktober 2019, hatte ein Rechtsextremist versucht, in Halle an Yom Kippur in eine Synagoge einzudringen, um dort eine große Zahl jüdischer Menschen zu ermorden. Er scheiterte an der Tür und tötete in einem Dönerladen zwei Menschen. Auch die Morde des NSU, der zwischen 2000 und 2007 neun Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund und eine Polizistin ermordete, könnte man in diesem Zusammenhang nennen. Natürlich auch die Ausschreitungen und Anschläge der 1990er Jahre, so wie viele andere Gewalttaten. Es ist wohl unstrittig, Rassismus kann sich in gewaltvollen Taten wie diesen manifestieren und Menschen ganz direkt physisch bedrohen, verletzen und sogar töten. Und die Personen, die solche rassistischen Taten verüben, werden in der Regel als Rassisten beschrieben. Rassismus kann aber auch andere Formen annehmen. In jüngeren Jahren gab es etwa verstärkt öffentliche Diskussionen um Rassismus bei der Polizei, ausgelöst zum einen durch Berichte von Betroffenen über Racial Profiling, aber auch durch die Aufdeckung von rechtsextremen und rassistischen Chatgruppen bei der Polizei. Man könnte jetzt auch hier denken, es geht wieder um einzelne RassistInnen, also um einzelne Personen, die rassistisch sind. Aber die Frage, die im Zentrum der Debatte steht, ist, ob die Polizei als Einrichtung ein Rassismusproblem hat. Wie man das hier etwa in der Überschrift eines Medienberichts lesen kann. Also mehr als nur Einzelfälle, wie rassistisch ist die deutsche Polizei? Das heißt, neben Personen und Handlungen können also möglicherweise auch ganze Institutionen rassistisch sein. In ihrem Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, nennt die Autorin Alice Hasters viele weitere Beispiele für Dinge, die rassistisch sein können. Zum Beispiel bestimmte Sprechakte, Fragen können rassistisch sein. Etwa die folgende Frage. Wo kommst du eigentlich wirklich her? Hasters nennt auch Gegenstände, Alltagsgegenstände, wie die sogenannte Jolly N-Bank aus den USA. Eine Spardose, die sich auch heute noch unter SammlerInnen großer Beliebtheit erfreut. Es ist eine Spardose, die schwarze Personen auf sehr stereotype Weise darstellt und in die man Geld sozusagen in den Mund der schwarzen Person werfen kann. Man kann hier noch viele weitere Beispiele nennen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass an vielen dieser Einordnung von Personen, Institutionen, Gegenständen, Sprechakten als rassistisch etwas dran ist, oder selbst wenn sie jetzt sagen, sie sind jetzt mit Einzelnen dieser Einordnung nicht einverstanden, aber sie sozusagen stimmen grundsätzlich zu, dass Einordnungen dieser Art zutreffend sein können, dann kann man erstmal Folgendes festhalten. Offensichtlich können ganz verschiedene Dinge rassistisch sein. Das heißt, Rassismus kann unterschiedliche Formen annehmen. Und das werde ich übrigens auch im Folgenden meinen, wenn ich davon spreche, dass es verschiedene Formen von Rassismus gibt. Es geht um die Gestalt oder Erscheinungsweise. Verschiedene Dinge können rassistisch sein. Das heißt, es gibt verschiedene Formen von Rassismus. Ich vermute jetzt mal, dass den allermeisten hier im Raum auf Anhieb einleuchtend erscheinen wird, dass es verschiedene Formen von Rassismus in diesem Sinn gibt. Sie werden sich jetzt denken, ja, genau, es gibt unterschiedliche Formen von Rassismus. Es gibt den Rassismus von Personen, den Rassismus von Institutionen und so weiter und so fort. Wenn man jetzt hier aber genauer hinschaut, glaube ich, dass es hier ein echtes Rätsel gibt. Denn Personen, Institutionen, Fragen und Alltagsgegenstände wie die Spardose sind ziemlich unterschiedliche Arten von Dingen. So ganz grob gesagt, Personen können fühlen, die können denken, die können handeln. Institutionen, die können handeln, aber fühlen und denken vermutlich eher nicht. Alltagsgegenstände wie die Spardose, die können mutmaßlich nichts von alledem. Und angesichts dessen stellt sich die Frage, ob der Rassismus eines Alltagsgegenstands wie der Spardose, die Hass das nennt, überhaupt irgendwas mit dem Rassismus von Personen oder dem Rassismus von Institutionen zu tun hat. Die Frage ist also, gibt es etwas, was alle Formen von Rassismus eint, was sie gemeinsam haben? Oder haben wir es hier einfach mit einer Vielzahl von Formen von Rassismus zu tun, die sozusagen gewissermaßen nebeneinander her existieren? Und das ist die Frage, auf die ich heute in der Vorlesung versuchen möchte, eine Antwort zu geben. Die heutige Vorlesung hat zwei Teile. Ich werde im ersten Teil eine Antwort auf die Frage untersuchen, die der US-amerikanische Philosoph Joshua Glasgow auf diese Frage gegeben hat. Und Glasgow geht davon aus oder vermutet erstmal, dass es was gibt, dass alle Formen von Rassismus gemeinsam haben. Und das erscheint auch mir ein plausibler Ausgangspunkt. Also auch ich denke, wir sollten erstmal prüfen, ob es nicht etwas gibt, das alle Formen von Rassismus eint. Ich halte allerdings die spezifische Antwort, die Glasgow gibt, der Rassismus als mangelnden Respekt oder Respektlosigkeit konzeptualisiert, für nicht ganz befriedigend. Und deshalb werde ich im zweiten Teil des Vortrags einen alternativen Vorschlag entwickeln und werde versuchen, Rassismus als Ideologie zu begreifen. Und ich hoffe natürlich, dass das ein überzeugenderer Vorschlag ist, der auch die Probleme von Glasgow's Ansatz vermeidet. Soweit erstmal, was ich heute vorhabe. Es kann damit losgehen. Teil 1. Rassismus als mangelnder Respekt. Ist jetzt erstmal wichtig, einige von Ihnen sozusagen wissen das, andere wissen das nicht und das ist auch gar nicht schlimm. Also in der philosophischen Diskussion sind ziemlich unterschiedliche Vorschläge dazu gemacht worden, wie Rassismus am besten verstanden werden soll. Ein prominenter Vorschlag, der auch schon in der Vorlesungsreihe Erwähnung gefunden hat, ist der von Jorge Garcia. Jorge Garcia sagt, dass Rassismus eine Sache des Herzens ist. Ein anderer prominenter Vorschlag stammt von Tommy Shelby. Tommy Shelby sagt, dass Rassismus in bestimmten Überzeugungen besteht. Andere AutorInnen sagen wiederum, dass vor allem das Handeln von Personen zentral ist. Und also so gibt es eine ganze Bandbreite in dieser wirklich breit gefächerten philosophischen Diskussion zu Rassismus. Und ich möchte jetzt hier zu Beginn nur kurz Jorge Gassias Ansatz zu Illustrationszwecken herausgreifen, um das Problem, von dem Joshua Glasgow ausgeht, deutlich zu machen. Jorge Garcia sagt, dass Rassismus die im Herzen einer Person sitzende Missachtung oder Geringschätzung des Wohlergehens anderer Personen, die einer bestimmten Race oder Rasse zugerechnet werden, ist eine Geringschätzung, die in dem Umstand begründet ist, dass diese anderen als einer bestimmten Race oder Rasse zugehörig gesehen werden. Ich habe auch noch ein Zitat mitgebracht. Garcia schreibt, in seiner zentralen und bösartigsten Form ist der Rassismus ein Hass, eine Missgunst, die sich gegen eine Person oder Personen aufgrund der ihnen zugeschriebenen Race wendet. In abgeleiteter Form ist man eine Rassistin, wenn man sich entweder überhaupt nicht oder nicht genügend oder nicht auf die richtige Weise um Menschen kümmert, die einer bestimmten Race zugeordnet werden, wobei diese Geringschätzung auf einer Race-basierten Klassifikation beruht. Um jetzt zwei Beispiele zu bringen, dass Sie sich ein bisschen mehr darunter vorstellen können, also eine weiße Person, die zum Beispiel sämtliche Menschen, die asiatisch aussehen, hasst und diesen das Schlimmste wünscht, ist mutmaßlich rassistisch in Garcia's Sinn. Aber auch eine Person, der zum Beispiel das Wohlergehen von Menschen aus Afrika, die nach Europa fliehen, völlig egal ist, könnte im abgeleiteten Sinn als rassistisch gelten, zumindest dann, wenn diese Indifferenz in dem Umstand begründet ist, dass die Fliehenden einer anderen Race oder Rasse zugerechnet werden. Legt man Garcia's Ansatz zugrunde, gerät man jedoch ziemlich schnell in Schwierigkeiten, und zwar gerade angesichts der Vielzahl von Formen von Rassismus. Ich habe zu Beginn der Vorlesung schon angesprochen, dass Institutionen häufig als rassistisch gelten, aber nun ist es so, Institutionen haben keine Herzen, sie können somit zumindest nicht direkt das Wohlergehen von anderen missachten. Okay, könnte man jetzt sagen, die Institution selbst, sie hat natürlich kein Herz, aber die Personen oder die Personen, die die Ziele und Regeln der Institutionen festlegen, die haben schon ein Herz und vielleicht ist dieses Herz rassistisch und insofern könnte ja der Rassismus der Personen auf die Institutionen überspringen und umgekehrt dann der Rassismus der Institutionen auf den Rassismus der Personen zurückgeführt werden. Und tatsächlich ist das auch ungefähr die Antwort, die Garcia im Umgang mit den Institutionen gibt. Diese Strategie ist allerdings, also diese Strategie, dass man irgendwo immer noch ein rassistisches Herz irgendwo im Hintergrund vermutet, auf den man dann den Rassismus zurückführen kann, ist nur begrenzt hilfreich und das kann man sich an zwei weiteren Beispielen klar machen. Erstens nochmal der Frage, wo kommst du eigentlich wirklich her? Ja, meistens, das schreibt auch Alice Hasters, wird diese Frage ja von ganz aufrichtigen, wohlmeinenden Menschen gestellt, bei denen man vermutlich, könnte man in ihr Herz blicken, wirklich keine Spur von Missachtung des Wohlergehens von Menschen, die als einer bestimmten Race oder Rasse zugehörig gesehen werden, finden kann. Garcia müsste daher wohl sagen, dass wir es deshalb hier nicht mit Rassismus zu tun haben, weil wir die Frage nicht auf ein böses rassistisches Herz zurückverfolgen können. Zweites Beispiel sind rassistische Überzeugungen, Charles Mills und Tommy Shelby haben gegen Garcia's Ansatz das Beispiel von Personen vorgebracht, die rassistische Überzeugungen haben, aber keinen Hass gegenüber bestimmten Menschen, aufgrund von deren Race oder Rasse pflegen. Shelby lädt uns etwa ein, uns eine Geschworene bei Gericht vorzustellen, die, so schreibt er, keinen Groll gegenüber Schwarzen hegt, aber vielleicht einfach in dem Glauben aufgewachsen ist, dass schwarze Menschen von Natur aus zu Gewalt neigen. Ist diese Person wirklich nicht rassistisch, nur weil wir die Überzeugung nicht auf ein rassistisches Herz zurückverfolgen können? Es scheint also, wenn man das rassistische Herz bei einer Definition von Rassismus als zentral ansetzt, dass man nur bis zu einem gewissen Punkt oder bis zu einem bestimmten Punkt kommt und das ist ein begriffliches Problem, auf das auch Gerd Keil in der ersten Woche dieser Vorlesungsreihe schon hingewiesen hatte. Die Frage, die sich stellt, ist also, wie muss man dann Rassismus begreifen, damit tatsächlich ganz unterschiedliche Dinge in der Welt rassistisch sein können? Und das ist genau die Frage, die Joshua Glasgow stellt und zu seinem Vorschlag komme ich jetzt. Glasgow meint, und ich denke, damit hat er auch erst mal recht, dass wir uns überhaupt erst mal überlegen sollten, wann etwas rassistisch ist, bevor wir dann schauen, was alles so rassistisch ist oder sein kann. Bevor wir also unser Verständnis von Rassismus an eine bestimmte Form oder Gestalt koppeln, sollten wir erst mal fragen, welche Eigenschaft muss eigentlich etwas haben, damit es als rassistisch richtig beschrieben ist? Und das ist auch die Frage, die Daniel James letzte Woche in seinem Vortrag erwähnt hat, also welche Eigenschaft ist eigentlich notwendig und hinreichend für Rassismus? Und Daniel war, was das Stellen dieser Frage betrifft, etwas skeptisch. Ich halte das nach wie vor für einen sinnvollen Ausgangspunkt. Glasgow macht jetzt in Antwort auf diese Frage folgenden Vorschlag. Glasgow sagt, ein X, irgendein beliebiges X, wir können da alles Mögliche einsetzen, ist dann und nur dann rassistisch, wenn X respektlos, disrespectful gegenüber Mitgliedern einer als Race oder Rasse verstandenen Gruppe R als Ers ist. Dieses disrespectful, will ich nur kurz dazusagen, ist gar nicht so leicht zu übersetzen im Deutschen, aber ich denke, dass es das mit respektlos ganz gut trifft, was Glasgow da sozusagen einfangen will. Also wenn Sie sich das angucken, denken Sie sich jetzt so, wie unterscheidet sich das eigentlich von dem Vorschlag von Garcia, den ich davor eingeführt hatte? Genau, das sieht erst mal relativ ähnlich aus und ich denke, um Glasgows Vorschlag besser zu verstehen, ist es tatsächlich auch hilfreich, über diesen Vorschlag von Garcia zu gehen und zu sehen, wie sich das hier genau unterscheidet. Also eine Person, die Mitglieder einer als Race oder Rasse verstandenen Gruppe hasst und ihnen Schlimmes wünscht, der zentrale Fall von Garcia, weil diese Mitglieder einer als Race oder Rasse verstandenen Gruppe sind, also weil sie Ers sind, die fällt mutmaßlich unter Glasgows Definition, denn diese Person ist in gewissem Sinn respektlos gegenüber Mitgliedern einer als Race oder Rasse verstandenen Gruppe als Ers. Sie respektiert diese anderen nicht. Unter Glasgows Definition kann allerdings auch eine Person fallen, die kein rassistisches Herz hat und niemanden hasst, nämlich dann, wenn diese Person irgendetwas sagt oder tut, das von Dritten als respektlos gegenüber Ers bezeichnet werden kann. Anders gesagt, der Respektlosigkeit oder dem mangelnden Respekt muss laut Glasgow überhaupt nichts im Inneren einer Person zugrunde liegen. Für Glasgow ist allein wichtig, dass das Prädikat respektlos sein zur sprachlichen Charakterisierung verwendet werden kann beziehungsweise verwendet wird. Es ist einfach, dass wir sagen können, das ist doch respektlos oder hier, du respektierst sie nicht, dir mangelt es an Respekt. Dass wir das sagen können, ist sozusagen ausreichend. Und genauso sozusagen testet Glasgow dann auch seine Definition und fragt einfach, wie ist das denn? Können wir SprecherInnen von Englisch oder von Deutsch, einer natürlichen Sprache wie Englisch und Deutsch, sagen über verschiedene Dinge, dass sie disrespectful, racially disrespectful sind oder eben respektlos sind? Und dann sagt Glasgow, ja, das können wir, wir können das testen. Manchmal beschreiben wir Gesetze so, wir können Institutionen so Gesetzen beschreiben, wir können die Sprache der Respektlosigkeit auch für verschiedene Symbole verwenden, etc. pp. Und ich denke jetzt auch, dass die Attraktivität von Glasgows Vorschlag tatsächlich darin besteht, dass mit seiner Hilfe ganz unterschiedliche Dinge als rassistisch gelten können. Also wir können tatsächlich, wenn Sie an diese Definition zurückdenken, in das X ganz beliebige Dinge einsetzen, eine Person, eine Äußerung, eine Institution und all diese Dinge sind nach der Definition genau dann rassistisch, wenn sie racially disrespectful sind. Und umgekehrt bedeutet das, dass wir mit Glasgow die Frage, die Ausgangsfrage, die ich heute formuliert habe, ob alle Formen von Rassismus etwas gemeinsam haben, positiv beantworten können. Ja, alle Formen von Rassismus haben etwas gemeinsam und zwar, dass sie respektlos gegenüber Mitgliedern einer als Race oder Rasse verstandenen Gruppe R als R sind, also dass sie es an Respekt gegenüber diesen Menschen mangeln lassen. Ich glaube allerdings auch, dass die Antwort von Glasgow eine bedeutende Beschränkung aufweist und dazu muss ich jetzt, sagen, einen kleinen Umweg gehen, bevor ich zu Glasgows Vorschlag zurückkomme. Viele Menschen, AktivistInnen, aber auch SozialwissenschaftlerInnen und PhilosophInnen sind der Auffassung, dass der Begriff von Rassismus für explanatorische Zwecke geeignet sein sollte. Und was das sozusagen heißen soll, was damit gemeint ist, will ich kurz erläutern. Sozusagen, wenn Sie jetzt auf die soziale Welt blicken oder wenn wir auf die soziale Welt blicken, dann drängt sich der Eindruck auf, dass Menschen, die, und jetzt kommen hier nur Beispiele, die zum Beispiel über eine dunklere Hautfarbe verfügen oder Menschen, die einen nicht deutsch klingenden Namen haben oder Menschen, die ein Kopftuch tragen und sozusagen und so weiter, in verschiedenen Hinsichten benachteiligt sind. Diese Menschen scheinen häufiger von Polizeikontrollen betroffen zu sein, sie scheinen häufiger von Armut betroffen zu sein, von Gewalt und dergleichen mehr. Und in sozialwissenschaftlicher Forschung, dazu haben wir letzte Woche schon ein bisschen was gehört, versucht man dazu, Daten zu erheben und zu prüfen, ob es hier statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen so etwas wie Race oder im deutschen Migrationshintergrund und anderen Variablen gibt. Für die USA ist die Datenlage dazu sehr gut und die Forschung weit fortgeschritten. In Deutschland ist das nicht so. Dazu kann Daniel einiges Interessantes sagen. Ihr habt ja auch gerade den schönen Artikel zur Kategorie Migrationshintergrund veröffentlicht. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, also ich spreche hier als Philosophin, wir nehmen jetzt mal an, wir haben es jetzt sozusagen mit solchen Zusammenhängen zu tun, mit statistisch signifikanten Zusammenhängen, dann ist die interessante Frage, wie interpretiert man diese Zusammenhänge und bietet damit eine Erklärung von zum Beispiel unterschiedlichen polizeilichen Kontrollraten. Also unterschiedliche Gruppen der Bevölkerung werden unterschiedlich häufig von der Polizei kontrolliert. Wie, das haben wir jetzt sozusagen, sehen wir in den Daten, wie könnte man das jetzt erklären? Und genau, eine Möglichkeit, die leider, wenn man an Thilo Sarrazin und andere denkt, in den letzten Jahren wieder salonfähiger geworden ist, ist eine durch und durch rassistische Interpretation zu geben. Zum Beispiel Personen, die über eine dunklere Hautfarbe verfügen, neigen von Natur aus zu Straftaten. Deshalb sind sie viel häufiger von Polizeikontrollen betroffen. Aktivistinnen und auch die meisten SozialwissenschaftlerInnen, PhilosophInnen halten das für unplausibel und vermuten stattdessen, dass Rassismus in der Welt hier die entscheidende Rolle spielt. Sie interpretieren solche Zusammenhänge wie folgt. Also etwa Personen, die über eine dunklere Hautfarbe verfügen, wird oft unterstellt, dass sie zu Straftaten neigen. Es gibt also Rassismus in der Welt. Deshalb sind sie viel häufiger von Polizeikontrollen betroffen als andere. Wenn man jetzt fordert, jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Ausgangspunkt, dass der Begriff von Rassismus für explanatorische Zwecke geeignet sein sollte, dann meint man damit erstmal ganz grundsätzlich, dass Rassismus so verstanden oder aufgefasst werden sollte, dass der Begriff von Rassismus im Rahmen der Interpretationen solcher Zusammenhänge herangezogen werden kann. Rassismus muss als etwas verstanden werden oder soll, wenn man das zugrunde legt, dass eine Rolle in kausalen Prozessen spielt, dass Effekte oder Folgen in der Welt hat. Und mit diesem kleinen Exkurs möchte ich jetzt zu Glasgow zurückkommen. Wenn man, und das tue ich der Auffassung ist, dass wir einen Begriff von Rassismus brauchen, der auch für explanatorische Zwecke geeignet ist, zu welchem Zweck kommt man dann mit Blick auf Glasgows Begriff von Rassismus? Ist dieser für explanatorische Zwecke geeignet? Ich denke, die Antwort ist nein. Glasgows Begriff von Rassismus ist für explanatorische Zwecke nicht geeignet. Warum nicht? Um das zu sehen, muss man sich nochmal kurz in Erinnerung rufen, wie Glasgow die Sache mit der Respektlosigkeit versteht. Glasgow gibt sich damit zufrieden, dass wir ganz verschiedenen Dingen die Eigenschaft gegenüber Mitgliedern einer als Race oder Rasse verstandenen Gruppe respektlos sein, zusprechen können. Und zwar unabhängig davon, was diese Dinge substanziell auszeichnen, ob und was sie substanziell gemeinsam haben. Ihn interessiert nur unser Sprachgebrauch. Das heißt, er bleibt sozusagen agnostisch mit Blick darauf, was die Respektlosigkeit in jedem einzelnen Fall tatsächlich konstituiert. Und ich denke, dass Glasgow damit gewissermaßen auf der falschen Ebene unterwegs ist, denn er zielt nicht auf die Eigenschaften von Dingen, die relevant für kausale Prozesse und damit auch für Erklärungen sind. Also, dass wir etwas als racially disrespectful wahrnehmen und bezeichnen, ist nicht das, was in der Welt bestimmte Effekte hat. Effekte produzieren die Dinge, die wir so bezeichnen, möglicherweise, oder sie tun es eben nicht. Und es ist auch gut möglich, dass viele der Dinge, die rassistisch sind und in der Welt bestimmte Effekte produzieren, in Glasgows Sinn auch racially disrespectful sind. Aber diese Respektlosigkeit wäre eher eine Begleiterscheinung oder ein Epiphänomen. In all fairness sozusagen sollte ich dazu sagen, dass Glasgow auch gar nicht versucht, einen Begriff von Rassismus anzubieten, der für explanatorische Zwecke geeignet ist. Aber wenn wir, und das möchte ich, wissen wollen, ob Rassismus etwas ist, das bestimmte Effekte produziert, müssen wir Rassismus anders als Glasgow als etwas begreifen, das in der Welt vorkommen kann. Und dazu möchte ich jetzt im zweiten Teil der Vorlesung einen Vorschlag machen. Teil zwei, ein alternativer Vorschlag, Rassismus als Ideologie. Okay. Vergegenwärtigen wir uns noch mal ganz kurz die Ausgangssituation. Also ein guter Vorschlag für die Definition von Rassismus soll zwei Dinge leisten. Auf seiner Basis sollte es erstens möglich sein, ganz unterschiedliche Dinge als rassistisch zu beschreiben. Und er sollte zweitens derart sein, dass er einen für Erklärungen hilfreichen Begriff von Rassismus liefert. Es gibt also, wie PhilosophInnen das nennen, zwei Adäquatheitsbedingungen, denen der Vorschlag genügen muss. Und mein Vorschlag besteht jetzt allgemein gesagt darin, Rassismus als Ideologie zu begreifen. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit Ihnen über ein paar der Details nachdenken. Und ich sollte dazu sagen, dass ich nicht die Erste bin, die versucht, Rassismus als Ideologie zu begreifen, aber dass andere AutorInnen für meinen Geschmack zu wenig, zu wichtigen Aspekten sagen oder ein zu enges Verständnis von Ideologie zugrunde legen. Und letzteres, das zu enge Verständnis von Ideologie, das sieht man zum Beispiel ganz gut an Tommy Shelbys Ansatz. Tommy Shelby hatte ich schon vorhin erwähnt. Und auf seinen Ansatz möchte ich zum Einstieg ganz kurz zu sprechen kommen. Erstmal ganz allgemein, im Anschluss an Marx wird Ideologie häufig so verstanden, dass Ideologie in falschen Überzeugungen besteht, die eine kausale Rolle bei der Unterstützung, Stabilisierung oder Legitimierung von kritikwürdigen gesellschaftlichen Institutionen spielen. Und Shelby, der hat dieses Verständnis auf Rassismus übertragen und sagt jetzt, dass Rassismus als Ideologie im Wesentlichen in falschen Überzeugungen besteht, etwa darüber, dass es so etwas wie Races oder Rassen gibt, denen ferner bestimmte Eigenschaften zukommen sollen. Und das sind Überzeugungen, die in der Welt eine kausale Rolle bei der Etablierung und Aufrechterhaltung von Strukturen der Unterdrückung spielen. Shelby gibt in seinem Text einige Beispiele und ich glaube, es ist nicht schwer, sich da Beispiele, auch plausible Beispiele vor Augen zu führen. Also dass etwa in den USA regelmäßig schwarze Männer und auch einige Frauen von tödlicher Polizeigewalt oder tödlicher Gewalt von selbsternannten Ordnungswächtern betroffen sind, könnte zum Beispiel auf eine Überzeugung derart zurückgeführt werden, dass schwarze Menschen gefährlich sind. Das ist nicht unplausibel, aber Sie sehen vermutlich selbst, was das Problem mit diesem Ansatz ist. Der Ansatz koppelt das Verständnis von Rassismus wieder an eine besondere Art von Entität, in der Rassismus Form oder Gestalt annehmen soll. Überzeugungen. Also wo Rassismus auftritt, tritt er laut Shelby in Überzeugungen auf. Und das hilft uns nicht weiter, wenn wir andere Arten von Dingen wie Regeln einer Institution als rassistisch beschreiben wollen. Ich glaube daher, dass man nochmal neu ansetzen muss und Rassismus als Ideologie anders verstehen muss. Und ich möchte vorschlagen, dass wir uns zu diesem Zweck eine Kulturwissenschaftlerin vorstellen. Und diese Kulturwissenschaftlerin, die hat es jetzt mit ganz verschiedenen Gegenständen zu tun. Kinderbüchern und Witzen und Alltagsgegenständen, aber auch mit Praktiken und Regeln und Normen von Institutionen. So, was macht diese Kulturwissenschaftlerin jetzt genauer? Ich denke, dass die Kulturwissenschaftlerin an die unterschiedlichen Dinge sehr allgemein gesagt eine Frage dieser Art richtet. Was ist der Sinn von X? Was ist der Sinn oder die Bedeutung dieses Alltagsgegenstandes? Oder was ist der Sinn oder die Bedeutung von dieser Praktik? Und um den Sinn von etwas zu entschlüsseln, stellt die Kulturwissenschaftlerin auch eine Reihe von spezifischeren Fragen. Und ich möchte das jetzt ein bisschen verdeutlichen an zwei Beispielen. Das erste Beispiel ist das Beispiel der Spardose, auf das ich schon zu Beginn meiner Vorlesung eingegangen bin. Also warum hat eine Spardose die Form des Kopfes eines schwarzen Menschen? Was bedeutet es, dass man Geld in den Mund eines schwarzen Menschen werfen soll, der noch dazu mit vollkommen überzeichneten Gesichtszügen dargestellt ist? Dass man im Fall der Spardose Geld in den Mund eines schwarzen Menschen werfen soll, wird verständlich, wenn man die Annahme ergänzt, dass schwarze Menschen von der Wohltätigkeit anderer mutmaßlich weißer Menschen abhängig sind, beziehungsweise dass schwarze Menschen, wie auch Alice Hastas rekonstruiert, das ganze Geld der Weißen verschlucken. Dass schwarze selbst kein Geld haben, dass sie arm, unverantwortlich und gierig sind. Also wenn man hier bestimmte Annahmen sozusagen ergänzt, versteht man sozusagen den Sinn dieser Spardose. Das zweite Beispiel wäre ein Beispiel einer Norm in einer Polizeibehörde. Ich möchte dazu sagen, dass das Beispiel sozusagen nach echten Begebenheiten aus dem US-Kontext modelliert ist, aber sozusagen jetzt davon abstrahiert und gewissermaßen ein halb fiktives Beispiel ist, was aber auf realen Begebenheiten beruht. Also wir nehmen jetzt unsere Kulturwissenschaftlerin, die macht eine teilnehmende Beobachtung in einer Polizeibehörde und entdeckt, dass es dort eine informelle Norm gibt, nämlich dass man vor allem in einem bestimmten Bezirk Drogenkontrollen durchführen soll. Es handelt sich dabei um einen relativ armen Bezirk mit vorwiegend schwarzen BewohnerInnen und unsere Kulturwissenschaftlerin versucht jetzt auch durch Gespräche mit den beteiligten PolizistInnen den Sinn dieser Norm zu verstehen. Warum wird dort, also in einem bestimmten Bezirk und nicht zum Beispiel mehr in den Bezirken, in denen vorwiegend weiße Studierende leben, kontrolliert? Und es kann sich im Zuge der Untersuchung herausstellen, dass diese Norm ebenfalls auf Annahmen über schwarze Menschen beruht, nämlich auf Annahmen über deren Hang zur Kriminalität. Wie gesagt, das ist ein Beispiel, was dem US-Kontext entnommen ist, für den tatsächlich sehr gut untersucht ist, dass Drogenbesitz und Drogenkonsum bei weißen und schwarzen Menschen sehr unterschiedlich geahndet werden. Ich möchte jetzt sozusagen von diesen Beispielen weggehen und allgemeiner vorschlagen, dass das, was die Kulturwissenschaftlerin da macht, darin besteht, dass sie die Präsuppositionen von verschiedenen Dingen, also das, was im weitesten Sinn von diesen Dingen über die Welt, aber etwa auch über das, was richtig und falsch ist, vorausgesetzt wird, herausarbeitet. Und wenn die Kulturwissenschaftlerin erfolgreich so forscht, denke ich, dass man auch sagen kann, dass verschiedene Arten von Dingen, Spardosen, Institutionen, aber eben auch Handlungen, Praktiken, Kinderbücher und dergleichen mehr Präsuppositionen haben, also tatsächlich auf Annahmen beruhen, mit Annahmen einhergehen, die dann eben von der Kulturwissenschaftlerin interpretiert werden. Und ich möchte außerdem vorschlagen, dass die Präsuppositionen von verschiedenen Dingen rassistisch sein können und dass das die Dinge, die diese Präsuppositionen haben, rassistisch macht. Also hier nochmal etwas übersichtlicher. Also ich denke, genau, verschiedene Dinge haben Präsuppositionen, die dann von KulturwissenschaftlerInnen untersucht werden. Diese Präsuppositionen können rassistisch sein und wenn die Präsuppositionen eines Links rassistisch sind, dann ist das betreffende Ding rassistisch. Wenn man jetzt dieses allgemeine Bild, das ich hier wirklich nur sehr, sehr knapp skizzieren kann, also ich bin mir darüber bewusst, dass da einige große Behauptungen drinstecken und ich kann das jetzt aber hier heute nur sehr knapp skizzieren, aber wenn man dieses Bild erstmal grundsätzlich plausibel findet, dann scheint mir, muss man vor allem noch was zu zwei sagen, wann eigentlich Präsuppositionen rassistisch sein oder sind. Also das ist irgendwie das, wo wir jetzt gerne, glaube ich, noch ein bisschen mehr hören würden. Ich habe den Eindruck, dass Dinge rassistisch sein können, wenn sie rassistische Präsuppositionen haben, scheint mir jetzt sozusagen weniger erklärungsbedürftig sein, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, aber deshalb lege ich jetzt erstmal den Fokus auf zwei, wann ist eigentlich eine Präsupposition beziehungsweise Präsuppositionen rassistisch. Ich beanspruche da jetzt gar nichts Originelles und Neues zu sagen, sondern stütze mich auf eine jahrzehntelange Debatte, die in den Sozialwissenschaften, in der Geschichte und auch in der Philosophie geführt wird, darum, was eigentlich, wie man diesen Gehalt von Rassismus am besten bestimmen kann. Besonders hilfreich finde ich die sozusagen Vorschläge, die der Historiker George Frederiksen und der Philosoph Quame Anthony Appiah gemacht haben und ich stütze mich jetzt sozusagen auf die, wenn ich sozusagen einen Vorschlag hier unterbreite und ich möchte sozusagen etwas in dieser Art vorschlagen. Eine Präsupposition ist genau dann rassistisch, wenn sie in das folgende Raster passt. Sie besagt, dass die Menschheit sich in mindestens zwei Gruppen aufteilt, die über eine unterschiedliche Herkunft oder Abstammung verfügen. Also ich glaube, Herkunft und Abstammung ist zentral, irgendwo im Hintergrund immer zu finden, wenn es um Rassismus geht. Sie besagt, dass sich Mitglieder dieser Gruppe in relevanten Eigenschaften unterscheiden, dass es sich bei diesen Eigenschaften ferner um wesenhafte Eigenschaften handelt. Ich glaube, auch das ist zentral, wenn wir Rassismus von sowas abgrenzen wollen wie kultureller Intoleranz. Darüber hatte ich letzte Woche in meinem Kommentar schon etwas gesagt. Und zuletzt besagt sie, dass eine Gruppe der anderen Gruppe aufgrund der jeweiligen Eigenschaften überlegen ist, beziehungsweise dass die andere Gruppe aufgrund der jeweiligen Eigenschaften unterlegen ist, also ein Verhältnis der Höher- und Minderwertigkeit zwischen den Gruppen besteht. Vor dem Hintergrund denke ich, dass man jetzt erstmal bezüglich der beiden Beispiele, die ich vorhin eingeführt habe, sagen kann, dass hier tatsächlich rassistische Präsuppositionen im Spiel sind, also rassistische Präsuppositionen derart, dass hier die Existenz von Gruppen angenommen wird, dass von diesen Gruppen auch angenommen wird, dass sie mit einer unterschiedlichen Herkunft assoziiert sind und so weiter und so fort. Und dass man damit sagen kann, dass sowohl die Spardose als auch die Norm in der Polizeibehörde rassistisch sind. Und ich hoffe, dass das jetzt zur Plausibilisierung an dieser Stelle erstmal ausreicht und man sehen kann, dass dieser Vorschlag die erste Adäquatheitsbedingung, die ich aufgestellt habe, also erfüllt. Mit diesem Vorschlag ist es möglich, verschiedene Dinge, Spardosen, Institutionen, aber auch Fragen, Handlungen, Praktiken und Kinderbücher als rassistisch zu beschreiben. Genau, aber was ist mit der zweiten Adäquatheitsbedingung? Ist der Vorschlag jetzt auch für explanatorische Zwecke geeignet und ist damit sozusagen irgendwie besser als der Vorschlag, den Joshua Glasgow macht oder ein hilfreicherer Vorschlag als der, den Glasgow macht? Das möchte ich jetzt abschließend prüfen. Ich hatte schon gesagt, dass ich denke, dass man davon ausgehen kann, dass Präsuppositionen und also auch rassistische Präsuppositionen etwas in der Welt sind. Also wenn Kulturwissenschaftlerin Präsuppositionen von Dingen analysieren können, setzt das voraus, dass diese Dinge Präsuppositionen haben. Und zweitens glaube ich, dass Präsuppositionen derart sind, dass sie einen Unterschied in der Welt machen oder zumindest machen können. Und um das so ein bisschen vorstellbarer zu machen oder plausibel zu machen, möchte ich mich jetzt abschließend auf die Idee von sogenannten Structuring Causes von Fred Dretzke beziehen. Dretzke unterscheidet Triggering Causes und Structuring Causes. Ein Triggering Cause ist ein Auslöser für ein Ereignis, verursacht ein Ereignis. Structuring Causes hingegen sorgen dafür, dass bestimmte Ereignisse so passieren, wie sie passieren. Also zum Beispiel, wir können uns jetzt zwei Polizisten vorstellen, die an einer Straßenkreuzung stehen und der Triggering Cause oder der Auslöser dafür, dass die gerade jetzt eine Drogenkontrolle durchführen und das nicht vor zehn Minuten gemacht haben, liegt einfach daran oder der Triggering Cause ist, dass gerade jetzt sozusagen eine Person auf der gegenüberliegenden Seite der Straße entlangläuft, wo vor zehn Minuten noch niemand entlang gelaufen ist. Das ist der Auslöser dafür, dass sie jetzt eine Drogenkontrolle durchführen und das nicht vor zehn Minuten gemacht haben. Dass die beiden Polizisten aber eine Drogenkontrolle durchführen, statt die Person einfach weiter ihres Wegs gehen zu lassen, verweist auf einen Structuring Cause. Zum Beispiel könnten die beiden Polizisten eine Anweisung erhalten haben, dass sie alle vorbeilaufenden Personen auf Drogen kontrollieren. Und also wenn wir diese Anweisung sozusagen, könnte die Ursache dafür sein, warum der Prozess gerade so abläuft, wie er abläuft, nämlich dass die vorbeilaufende Person kontrolliert wird. Und ich denke nun, dass gut vorstellbar ist, dass Präsuppositionen, insbesondere rassistische Präsuppositionen, als Structuring Causes fungieren und in dieser Weise eben strukturierend auf kausale Prozesse in der Wirklichkeit einwirken können. Wenn man das Beispiel jetzt leicht variiert und die beiden Polizisten unterschiedliche Gruppen von Personen unterschiedlich behandeln und nur bei einer Gruppe von Personen, die männlich und gegebenenfalls dunkelhäutig sind, Drogenkontrollen durchführt, dann wäre es naheliegend zu vermuten, dass rassistische Annahmen über diese Gruppe von Personen im Hintergrund stehen, die dafür sorgen, dass der Prozess in dieser Weise abläuft. Wenn jetzt diese Annahmen nur das Handeln der beiden Polizisten anleiten, aber nicht das Handeln von anderen ihrer KollegInnen, dann hätten diese Annahmen vermittels des Handelns einen sehr lokalen Effekt. Wenn hingegen zum Beispiel Normen polizeilichen Handelns in einer Dienststelle oder in verschiedenen Polizeibehörden von solchen Annahmen informiert sind, dann könnte man sagen, dass Rassismus erstens eine institutionelle Form besitzt und zweitens ganz bestimmte, sozialwissenschaftlich messbare und beschreibbare Konsequenzen in der Welt hat. Okay, ich fasse den Vorschlag zum Schluss nochmal zusammen. Der Vorschlag ist, dass X eine Spardose, eine Norm, eine Handlung, eine Praktik, eine Institution etc. dann rassistisch ist, wenn X rassistische Präsuppositionen hat. Es gibt also etwas, das alle Formen von Rassismus gemeinsam haben. Der Vorschlag ist zudem geeignet für explanatorische Zwecke, denn Präsuppositionen sind etwas in der Welt, das strukturierend auf kausale Prozesse einwirken kann. Damit bin ich am Ende meiner Vorlesung und freue mich auf Ihre Fragen, beziehungsweise jetzt erstmal auf den Kommentar von Daniel. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch nochmal an die Organisatorinnen in Düsseldorf und in Berlin, dafür, dass ich jetzt auch nochmal hier sein darf und kommentieren darf. Es ist eine schöne Gelegenheit. Christine und ich haben so ein laufendes Gespräch über all diese Themen und wir dachten, es sei einfach ein schönes Format, dass wir unsere Vorträge wechselseitig kommentieren, um dieses Gespräch hier fortzuführen. In der letzten Woche habe ich ja eine pluralistische Position dargelegt. Wir könnten im Gegensatz dazu Christinas Position als eine monistische bezeichnen und da Christina meine Position aus ihrer Perspektive kritisiert hat, werde ich es ihr gleich tun und werde versuchen, so ein paar Einwände vorzubringen gegen die Idee, dass Ideologie der große Vereinheitlicher sein könnte, wenn es um Rassismus geht. Vielleicht zu Beginn führe ich erstmal eine Unterscheidung ein, die mir sehr geholfen hat beim Verständnis so verschiedener Rassismus-Theorien und eines sehr grundlegenden Unterschiedes zwischen diesen Theorien. Das ist eine Unterscheidung, die ich von Bryce Hübner und Sam Liao übernommen habe. Das ist die Unterscheidung zwischen sogenannten internalistischen und externalistischen Theorien des Rassismus. Diejenigen von ihnen, die sich mit Sprachphilosophie oder Philosophie des Geistes beschäftigen, werden mit dieser Unterscheidung vertraut sein und es funktioniert ziemlich ähnlich mit Blick auf Rassismus. Jetzt ein bisschen in der Sprache, die auch Christina eingeführt hat, könnte man sagen, dass internalistischen Theorien zufolge Rassismus eine Sache des Herzens oder eben des Kopfes ist. Wohingegen externalistischen Theorien es eben nicht bloß eine Sache des Herzens oder des Geistes ist, des Kopfes ist, sondern ebenso auch von Eigenschaften beispielsweise unserer Umwelt abhängen kann. Man kann versuchen, diesen Unterschied in Bezug auf den Begriff der Supervenienz auszubuchstabieren. Supervenienz wird oft so veranschaulicht anhand dessen, was man so verändern muss, damit sich etwas anders auf der anderen eher sozusagen, die Idee ist, es gibt eine superveniente Ebene und eine subveniente, keine Änderung in der supervenienten Ebene ohne eine Änderung auf der subvenienten, keine Änderung im Rassismus ohne Änderung in den Kopf, in den Herzen und Köpfen. Zum Beispiel, das wäre die internalistische Perspektive. Die externalistische würde sowas sagen wie, es kann sich sehr wohl was ändern, beispielsweise im Rassismus, ohne dass sich was in den Herzen und Köpfen der Leute verändert. Und ich habe selber große Sympathien für diese Position, nicht zuletzt deswegen, weil man, wenn man sich so den, so die Geschichte westlicher Demokratien so anguckt, dann sieht man eine interessante Tendenz, nämlich, dass explizit rassistische Einstellungen abnehmen, rassifizierte Ungleichheit, aber zunimmt. Und dann ist die Frage, okay, was erklärt das am besten? Sind es wirklich die Einstellungen, die das am besten erklären? Und ich glaube, dass externalistische Theorien da einen Vorteil haben. Es gibt auch bestimmte Hintergrundannahmen, was die Natur der sozialen Realität selbst anbelangt, die, glaube ich, eher eine solche Position nahelegen. Und das, wir finden diese Hintergrundannahmen in neueren Diskussionen in der sozialen Metaphysik, insbesondere in der Arbeit von Brian Epstein und im Rückgrat darauf auch von Sally Hasler. Lange Zeit war es so, dass in der Sozialontologie davon ausgegangen wurde, dass kollektive Intentionalität ein Kennzeichen des Sozialen sei. Also alles in der sozialen Welt ist letztlich geistabhängig. Und zwar jetzt nicht unbedingt jetzt von dem, was jetzt bei mir individuell im Kopf vorgeht oder bei Ihnen individuell im Kopf, sondern eben von so einer bestimmten Art der kollektiven Einstellungen, die oft immer als kollektive Intentionalität bezeichnet wird. Sally Hasler beispielsweise charakterisiert diese Hintergrundannahmen wie folgt. Sie schreibt, Und diese Hintergrundannahme stellen sowohl Brian Epstein als auch Sally Haslinger in Frage. Und Brian Epstein führt dafür ein interessantes Beispiel an, nämlich das Beispiel eines Unternehmens wie Starbucks. Er sagt, It is possible to fix all the facts, hier haben wir jetzt wieder diese Supermillenz-Idee, about individual employees, stockholders and such, and yet not fix all the economic facts about the corporation, because the economic facts depend also on the state of the corporation's holdings, that is material facts, such as its stores, the equipment in the stores, etc. Starbucks can go from solvent to insolvent, its liabilities swamp its assets, without anyone being aware of anything or acting differently, if for example power spike in the middle of the night, when, by hypothesis, no one is conscious, destroys the material infrastructure of the corporation. Also hier ist die Idee, wir können alle sozusagen geistigen, mentalen Tatsachen fixieren, festhalten und trotzdem haben wir nicht die sozialen Tatsachen fixiert. Warum? Weil die sozialen Tatsachen auch von materiellen Tatsachen abhängen. Also wenn zum Beispiel es zum Stromausfall kommt oder sowas dieser Art, niemand ist das bewusst, die Firma gibt Pleite. Das ist die zugrunde liegende Idee. Das ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil ich letztlich sagen will, Rassismus ist gar nicht so unendlich. Ja, diesen Beispiel. Was beide, Epstein und Hasslänger, uns eher nahelegen wollen, ist, dass wir auch die Materialität, die materielle Dimension sozialer Systeme berücksichtigen sollten. Und Hasslänger führt dafür ein Beispiel an, ein Beispiel nämlich das Interstate 95. Das ist eine Autobahn, die an der Ostküste der Vereinigten Staaten verläuft. Und sie versucht diese, also sie sagt, das ist ein Kandidat für eine soziale Entität, das in verschiedene Komponenten zu zerlegen. Einerseits das Betonnetz, ein physisch konstruiertes Gebilde, eben aus Beton, Asphalt und Stahl. Wir haben eine Durchgangsstraße. Das ist die Funktion dieses Betonnetzes. Diese Funktion kann multiple realisiert werden, durch verschiedene Betonnetze. Betonnetze. Nämlich als Durchgangsweg für Fahrzeuge zu dienen. Und dann zuletzt eben Interstate 95 als soziale Entität. Das ist die offizielle Bezeichnung, eine soziale Tatsache, die jetzt genau diesem konkreten Netz von bestimmten Institutionen, zum Beispiel der Federal Highway Administration, verliehen wird. Also hier sehen wir, wenn wir jetzt über die soziale Entität, Autobahnen sprechen wollen, das ist in Deutschland ein komisches Beispiel, aber gut. Dann müssten wir sagen, dass die materielle Dimension ebenso Teil davon ist. Ich habe eben schon erwähnt, Sam Liao und Bryce Hübner, und die beiden argumentieren in einem ganz ähnlichen Sinn dafür, dass eben nicht nur Einstellungen, seien sie jetzt in kognitiver, affektiver, volitiver Art oder irgendwas dieser Art, sondern tatsächlich Dinge in einem wörtlichen Sinne rassistisch sein können. Und zwar, das ist der wichtige Punkt und das ist ein bisschen der Kontrast, glaube ich, mit Christinas Position, ist unabhängig davon, was jetzt sonst irgendwie Mentales im weitesten Sinne damit verknüpft sein mag. Das heißt, sie argumentieren in einem externalistischen Sinne für die Inklusion eben solcher physischer Komponenten wie materielle Artefakte, aber auch die räumliche Umwelt, in der wir uns bewegen. Ich denke immer da gerne an das Beispiel eines Ghettos beispielsweise, eben in die Analyse eines unterdrückerischen Systems, wie es beispielsweise Rassismus ist. Und sie haben eine ganze Reihe von Beispielen, die sie dafür diskutieren. Ich möchte hier vor allem das hier anführen. Das ist das Beispiel einer Shirley Card. Die Shirley Card ist von Kodak und das war ein Standardwerkzeug für professionelle Fotografin, das der Kalibrierung von Hautfarbenbalance beim Druckvorgang gedient hat. Und wer wie ich so ein bisschen so einen gemischten Hintergrund hat, der weiß, was eine Qual das sein kann, weiße und schwarze Leute zusammen auf Fotos abzulichten. Es ist leider oft nur sehr schwer möglich, die weißen Leute so normal aussehen zu lassen, ohne dass die schwarzen Leute aussehen wie eine Karikatur, bei der man nur die Zähne und die Augen sieht. Und das hat ziemlich viel mit dieser Shirley Card tatsächlich zu tun. Hier gab es eben das Foto einer Shirley, das ist das, was Sie jetzt hier sehen. Das war benannt nach dem Modell in der ursprünglichen Version dieser Karte. Und die wurde erst gedrückt. Und das Aussehen jetzt von dieser sogenannten Shirley, und das ist hier spezifisch die Elfenbeinfarbene Haut, das braune Haar, der rote Lippenstift, das waren Referenzpunkte für die richtige Hautfarbenbalance. Die Idee war, es wurden da erst mal so kleine Drucker eingeführt für die Herstellung von Fotografien und es bedurfte deswegen neuer Technologien, um die Qualität und die Konsistenz, also Konsistenz im Sinne von, dass es immer auf dieselbe Art und Weise gemacht wird, der gedruckten Fotos zu gewährleisten. Und die Shirley-Karte war genau eine solche Technologie. die beschrieb, wie die Hautfarbe normal aussah. Normal ist hier natürlich doppeldeutig, sowohl einfach rein deskriptiv, aber eben auch normativ. Und da fängt sozusagen das Problem an. Das heißt nämlich, dass diese Shirley-Karte nicht bloß eine Beschreibung, sondern auch eine Normsetzung für natürliche Hautfarben und Kontraste in Fotos war. Und damit wurde praktisch in der Praxis des Fotografierens wurden dann beschreibende normative Aspekte der Shirley-Karte miteinander vermischt. Also es ist einerseits so, dass diese Shirley-Karte zu verwenden eine einfache visuelle Angleichung ermöglichte, aber zugleich ein Bias widerspiegelte, ein Hautfarben-Bias in diesem Fall, den jetzt die Erfinder der Shirley-Karte hatten. Die hatten eben hier eine solche sogenannte Shirley hier als Modell verwendet, an dem alle Fotos orientiert werden sollten. Und Hübner und Liao argumentieren, dass diese Shirley-Karten ein Schönheitsideal sozusagen verkörpert oder repräsentiert, dass weiße Merkmale bevorzugt und eben nicht weiße nicht. Und damit werden eben sozusagen weiß als die Norm gesetzt und nicht weiß als abweichend. Das manifestiert sich ziemlich praktisch darin, dass eben Menschen mit dunkler Haut abzulichten immens schwer ist und tatsächlich auch erst, wenn sie sich ein bisschen so neuere Filmgeschichte anschauen, Leute mit ganz neuen Beleuchtungstechniken erarbeiten mussten, sozusagen wirklich neue Technologien einführen mussten, um beispielsweise überhaupt angemessen darzustellen, wie unterschiedlich eigentlich die Hauttöne von schwarzen Menschen sind. das überhaupt sozusagen im Film angemessen darstellen zu können, erforderte ganz neue Technologien. Jetzt mögen Sie denken, ah, das ist ja ein relativ banales Beispiel, da geht es eigentlich nur um Fotos, Film und dergleichen, aber tatsächlich finden wir ganz ähnliche Biases in ganz vielen anderen technischen Artefakten, die durchaus dramatische Konsequenzen haben können. Und im Anschluss an diese frühere Arbeit von Hübner und Liao argumentieren dann Carbonell und Liao, dass Geräte wie der sogenannte Pulsoximeter einen ganz ähnlichen Bias hat. Und das ist Ihnen vielleicht schon mal untergekommen in der Debatte über die Covid-19-Pandemie, der Pulsoximeter, der hier an den Finger gesetzt wurde und der durch Licht eben den Puls und den Sauerstoffgehalt des Blutes messen sollte. Und da war tatsächlich das Problem, dass hier so die These auf jeden Fall von Carbonell und Liao hier auch nicht nur Rassismus sozusagen eingebettet ist, sondern geradezu materialisiert. Das ist eigentlich ihre These, dass Rassismus hier in der Beschaffenheit des technischen Artefaktes materialisiert wird. Diese Materialisierungsthese ist wichtig für das, was ich am Ende sagen will. Was ist nämlich passiert? Diese Pulsoximeter wurden üblicherweise an weißen Patientinnen kalibriert. Und was dabei herauskam, ist, dass die eben den Sauerstoffgehalt bei Menschen mit dunkler Haut systematisch überschätzten. Das hieß, dass sie viel eher dazu neigten zu sagen, ist alles in Ordnung, wenn die Haut der Patientin dunkel war oder des Patienten. und das wird dann ziemlich wichtig, wenn es darum geht, dass wir solche Technologien beispielsweise in der Triage verwenden. Und genau das ist tatsächlich ein Faktor, der sehr rege diskutiert wurde, als es darum ging, die sehr verschiedenen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf verschiedene rassifizierte Gruppen, hier speziell eben auf rassifizierte Minderheiten hatte. Es gibt tatsächlich eine Studie, die dann eben zeigte, dass der Pulsoximeter Patientinnen mit dunkler Haut als gesünder interpretierte, als sie tatsächlich waren. Sodass die dann eher in der Triage nach Hause geschickt wurden zugunsten anderer Patientinnen. Zudem wurden diese schädlichen Auswirkungen auch noch bei Frauen mit dunkler Haut verstärkt, da der Pulsoximeter außerdem noch auf eine durchschnittlich größere männliche Finger sozusagen zugeschnitten war. Und das heißt, man vermutet, dass es auch Bedenken gibt, was die Zuverlässigkeit bei Frauen anbelangt. Und das wird sozusagen bei Frauen mit dunkler Haut nochmal doppelt verstärkt. Also hier haben wir so eine intersektionale Wirkung. Das ist nun deutlich weniger trivial als das Beispiel jetzt der Shirley Card. Denn hier ging es tatsächlich um Leben und Tod. Und es geht darum, dass wir verstehen wollen, wie es eigentlich kommen konnte, dass beispielsweise schwarze Menschen, aber auch andere rassifizierte Minderheiten so viel drastischer betroffen waren von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Ich möchte ein weiteres Beispiel betrachten, das ebenfalls in engem Zusammenhang steht mit der Pandemie. Und das ist ein Beispiel einer Stadt. Auch das, glaube ich, ist ein Beispiel, an dem man sehr gut zeigen kann, dass es nicht bloß eine Sache dessen ist, was in den Köpfen, Herzen der Leute vorgeht, sondern ganz zentral auch mit der materiellen Beschaffenheit dieses Systems zu tun hat. Wenn wir jetzt versuchen, uns anzuschauen, woraus besteht eigentlich eine Stadt, woraus ist eine Stadt so gemacht, dann hat es natürlich was damit zu tun, was für Statuts schreiben wir verschiedenen Dingen zu, also letztlich was für kollektive Einstellungen mögen wir denen gegenüber haben. Aber es gibt eben eine ganze Reihe anderer Dinge auch. Es gibt Gebäude, Wohnen, Geschäfts, Regierungs, Kultur und öffentliche Räume, die alle eben verschiedene Funktionen haben, also verschiedene kausale Rollen spielen. Wir haben Straßen und Autobahnen, darüber haben wir schon gesprochen. Wir haben Brücken, Tunnels, also physische Verkehrswege, die den Transport innerhalb und außerhalb der Stadt ermöglichen. Wir haben öffentliche Nahverkehrssysteme, Busse, Straßenbahnen, U-Bahn-Linien, die jeweiligen Stationen oder Haltestellen. Wir haben Versorgungseinrichtungen, Wasser- und Abwassersysteme, Stromleitungen, Gaspipelines, Abfallentsorgungseinrichtungen und dergleichen. Und zuletzt haben wir natürlich auch die natürlichen Elemente, die ebenfalls Teil einer Stadt sind. Die Spree, die durch Berlin verließt, der Mögelsee, wir haben den Kreuzberg und andere natürliche Elemente, die eben in die Stadt integriert sind als Teil der Stadt. Und um zu veranschaulichen, warum insbesondere mit Blick auf die zweite Adäquatheitsbedingung, die Christina formuliert hat, nämlich, dass wir wollen, dass unsere Auffassung von Rassismus eine explanatorische Rolle erfüllen kann, möchte ich ein interessantes Beispiel davorheben, nämlich die Stadt, die Vorstadt Ferguson in Missouri. Einigen von Ihnen wird das sicherlich noch gut vertraut sein aus dem Beginn der Black Lives Matter Proteste, das war der Ort, in dem Michael Brown ermordet wurde. Und es gab viele Diskussionen darüber, wie das überhaupt passieren konnte, wie kann es eigentlich zu sowas rassistischer Polizeigewalt in diesem Ausmaß kommen, wie kommen, also warum brachen eigentlich diese gewaltigen Proteste, dieser Aufstand eigentlich aus. Und eine interessante Feststellung, die man in einem schönen Artikel finden kann zur Ökonomie von Ferguson ist, dass obwohl in Ferguson so offenkundiges Elend, soziales Elend tatsächlich herrscht, ist es gleichzeitig die Heimat eines Forbes 500 Unternehmens und anderer großer Unternehmen, die da florieren in dieser Vorstadt. Und ich möchte nur einen Aspekt hervorheben, der insbesondere mit Blick auf die häufigen Polizeikontrollen ziemlich wichtig ist. Und das ist ein Zitat aus diesem Artikel. Da heißt es, to get from the neighborhood where Michael Brown died to downtown Ferguson and has to travel along under undeveloped stretch of Ferguson Avenue and then make a 180 degree turn under a railroad bridge to merge onto another street that leads to the downtown. There are no, das ist wichtig, there are no sidewalks bordering the stretch of road and many of those travel it do so by walking on the shoulder a notable issue given the risk of being cited for manner of walking in the roadway faced by black pedestrians in Ferguson. The two Fergusons mentioned by many commentators also das reiche Ferguson des Forbes 500 Unternehmens und das arme Ferguson Michael Browns are effectively connected by a backdoor. und diese backdoor ist ganz entscheidend. Ein wesentlicher Faktor in der Unterdrückung dieser Community die an Ferguson lebt ist die materielle Infrastruktur Fergusons. Es ist diese Straße beispielsweise. Es ist der Umstand dass diese Straße keinen Bürgersteig hat. Der einzige Weg rauszukommen nach downtown zu kommen wo man beispielsweise an Arbeit um sowas kommen kann. Wenn man kein Auto hat beispielsweise ist diese Straße langslaufen die keinen Bürgersteig hat in einer Stadt in der sogenanntes Jaywalking also illegales Überqueren einer Straße illegal ist illegal ist was sich derart ausgewirkt hat dass es ein Übermaß an Polizeikontrollen von Leuten gab für Jaywalking für die immense Summen an Mahn- und Strafgebühren bezahlt werden muss die natürlich Leute nicht bezahlen konnten weil sie arm waren und so weiter man kann sich so die Eskalation davon vorstellen und tatsächlich sind diese Strafgebühren eine wesentliche Einnahmequelle in dieser Stadt Ferguson die ansonsten Unternehmen große Steuererleichterungen anbietet also hier kann man so richtig sehen dass es eine Art der Ausbeutung geradezu gibt die ganz die erst ermöglicht wird durch die materielle Infrastruktur dieser ghettoisierten Gemeinschaft und man kann es eben verknüpfen mit anderen Dingen also sowas wie zum Beispiel aus dem Ghetto herauszukommen ist ganz wesentlich dafür um soziale Netzwerke zu knüpfen soziale Netzwerke sind ganz wesentlich dafür an gute Jobs zu kommen wenn man nur noch soziale Netzwerke innerhalb des Ghettos hat dann kann man auch nur der Art von ökonomischer Aktivität nachgehen oder tendenziell nur der Art von ökonomischer Aktivität nachgehen die innerhalb dieses Ghettos praktiziert wird das mag vor allem kriminell sein beispielsweise also man kann es richtig sehen wie sich sozusagen all diese verschiedenen Faktoren selbst verstärken mit dem Effekt dass es gibt diese These dass Race Rassifizierung ein Bündel Stöcke sei all diese Faktoren all diese Stöcke bilden zusammen einen Käfig in dem eben diese Gruppe in diesem Ghetto festgehalten wird das ist das was ich gerne rassifizierte Unterdrückung nennen will und natürlich ist Ideologie sehr häufig ein Teil dieser Unterdrückung aber so zumindest jetzt die Idee die materielle Beschaffenheit unserer Umwelt ist es genauso und in manchen Fällen wie beispielsweise dieser Straße ist es die materielle Beschaffenheit die erklärt wie diese Unterdrückung zustande kommt das ist das zentrale Explananz wenn es darum geht was hält die Leute eigentlich in diesem Ghetto wo du sind sie unterdrückt und um das ein bisschen noch zuzuspitzen würde ich gerne schließen mit einem kleinen Gedankenexperiment das aber nicht ganz so weit entfernt ist von unserer Welt wie gesagt unsere Welt ist eine in der rassistische Einstellungen so wie es aussieht abnehmen aber eben die materielle Ungleichheit zwischen verschiedenen rassifizierten Gruppen zunimmt und das Beispiel geht auf Ron Mallon zurück aber schon Ronald Sonström hat argumentiert dass rassifizierte Gruppen eben nicht nur dadurch konstituiert werden wie wir sie repräsentieren also dass wir sie beispielsweise als Rassen repräsentieren sondern auch teilweise durch die kausalen Wirkungen davon dass wir sie mal so klassifiziert haben und das heißt dass dann rassifizierte Gruppen zwar konstituiert werden durch die Auswirkungen dieser Klassifikation aber die Klassifikation selber ist nicht das was sie klassifiziert ja und wir können das zuspitzen indem wir und das ist Ron Mallons Beispiel wir uns eine sogenannte Rassenamnesie vorstellen also eine Welt in der wir plötzlich alle rassischen rassifizierten Ideen Begriffe Repräsentation und dergleichen vergessen haben in dem wir von alledem nichts mehr wissen ja aber in der ansonsten alles gleich bleibt in dieser Welt und ich stelle mir das jetzt zum Beispiel an einem Ort wie Ferguson vor und meine Vermutung wäre dass ziemlich viel von den von der materiellen Unterdrückung die dort besteht auch dann noch fortbestehen würde wenn wir alle diese Vorstellungen vergessen hätte weil die Infrastruktur dieses Ortes die materielle Infrastruktur die Straßen die Schienen und dergleichen all das besteht noch vor und all das was sozusagen dadurch an sozialen Beziehungen ermöglicht wird besteht dann noch weiter in dieser Welt und deswegen möchte ich dafür plädieren dass wir Rassismus beispielsweise als das war der Vorschlag rassifizierte Unterdrückung bereifen können rassifizierte Unterdrückung kann ideologisch sein sie kann aber auch materiell sein in der Welt in der wir leben greifen diese Sachen natürlich ineinander aber die materielle Komponente sozialer Systeme ist manchmal das entscheidende Explananz und es ist manchmal das was wir tatsächlich ändern müssten an der Welt wenn wir was in der Unterdrückung zum Beispiel rassifizierter Minderheiten ändern wollten und damit schließe ich meinen Kommentar und danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit genau also erstmal vielen Dank wir hatten vorhin ein bisschen darüber gesprochen dass wir vielleicht auch wie beim letzten Mal erstmal Fragen aus dem Publikum hören sonst reden wir die ganze Zeit und niemand hatte Gelegenheit eine Frage zu stellen Hi ich habe erstmal eine ganz grundsätzliche kläre Frage Dinge haben Präpositionen wie genau kann ich mir das vorstellen ich dachte Präpositionen sind Eigenschaften die nur Sätze haben also ein bisschen mehr über die soziale Metaphysik würde ich gerne genau ja danke also genau ich habe da eine sehr große sprachphilosophische Behauptung in meinem Vortrag aufgestellt dass man also Präpositionen sind werden normalerweise als Präpositionen von Sprechakten analysiert und was ich sehr interessant finde ist dass einige Feministinnen insbesondere Ray Langton versucht hat Präpositionen zu übertragen auf sozusagen Sprechakte im weiteren Sinne also die analysiert Pornografie sozusagen die Präposition von Pornografie und analysiert was Pornografie sozusagen sagt und ich finde das jetzt also ich weiß dass man dazu also die Literatur zur Präposition ist riesig und ich weiß dass man dazu mehr sagen müsste aber ich finde das jetzt erstmal sehr plausibel davon auszugehen dass sämtliche Dinge die irgendwie Träger von Bedeutung sind Präpositionen haben und so würde ich das sozusagen in Fortsetzung von dem was Lenken zu Pornografie gemacht hat gerne sozusagen weiterführen und vielleicht erlaubt mir jetzt Riemers Frage auch ganz sozusagen was zu ich werde das so machen wie du das letzte Woche gemacht hast was auch mal so nebenbei meine Fragen beantwortet ich werde das jetzt auch so machen ein bisschen was dazu zu sagen ich habe jetzt relativ viel über diese Präpositionen gesprochen was aber nicht bedeutet dass ich nicht auch über Dinge in der Welt sprechen möchte also zum Beispiel sowas wie der Gegenstand wie die Spardose oder auch diese Karte die Shirley Card würde ich sagen da können wir also Dinge die von Menschen designt worden sind gemacht worden sind wo irgendwie eine Bedeutung quasi im weitesten Sinne eine Rolle gespielt hat dabei wie sie das gestaltet haben an all diese Dinge kann man Fragen stellen also wieso ist denn die Shirley Card was ist der Sinn davon dass sie so beschaffen ist wie sie beschaffen ist und dann kann man anfangen sozusagen die impliziten Annahmen herauszuarbeiten die man braucht um diese Frage zu beantworten so würde ich auch glaube ich auf diese Shirley Card zumindest antworten ich hoffe das hilft dir okay super ja ich hatte den Eindruck dass du vielleicht eigentlich an zwei Fragen antwortest in deinem Vortrag aber ich war mir nicht sicher ich hatte erstmal den Eindruck du suchst etwas was so wo man gemeinsam als rassistisch betrachten könnte so eine Art Gattung wie es Gerd auch vorher ausgedrückt hat mit verschiedenen Variationen irgendwie also verschiedene Arten von Rassismus aber es gibt so etwas Gemeinsames zu allem und dann etwas anderes so etwas wie gibt es eine spezifische Art von Ausdruck die alle Rassismen haben oder wie implementiert sich gemeinsam Rassismus wenn es sich implementiert formal sozusagen irgendwie und an der ersten Frage antwortet Manu hattest du auch geantwortet indem du so eine Art Definition von Rassismus gegeben hast nachdem du von den Präsuppositionen gesprochen hast dann hast du gesagt aber was macht aus einer Präsupposition eine rassistische und da hat man die Antwort zu was ist gemeinsam zum Rassismus von der ersten Frage eigentlich und das gibt irgendwie den Eindruck dass diese Idee dass Präsuppositionen gemeinsam sind das ist nicht wirklich eine Antwort an der Frage was ist gemeinsam zum Rassismus weil du dann immer noch erklären musst was aus dieser Präsupposition rassistische Präsupposition macht eigentlich die Frage Präsupposition scheint mit die Antwort Präsupposition scheint mit eine Antwort zu einer anderen Frage sein wie kommt es dass verschiedene Arten von Sachen rassistisch sein können wie implementiert man Rassismus und dann hast du diese Antwort Präsuppositionen Gegenstände können Präsuppositionen haben aber auch Leute und so weiter es gibt so irgendwie eine Definition von Rassismus in deinem Vortrag und dann eine andere Frage die ist wie kommt es dass es Rassismus auf der Welt geben kann eigentlich in so einer Form die Gegenstände Institutionen und Leute gemeinsam haben können das möchte ich eine andere Frage ja ich bin ich bin mir nicht so sicher also müsste ich vielleicht auch nochmal zurückfragen also was ich nicht sagen möchte und das klang jetzt bei dir so ein bisschen an ich stelle mir das nicht so vor so platonistisch dass wir irgendwie Rassismus als so ein abstraktes Set von Annahmen haben was ganz real existiert also dieses Set von Annahmen das ist wirklich eine Abstraktion von dem was in der Praxis vor sich geht ich würde sagen was wir in der Welt haben ist ganz unterschiedliche Arten von Entitäten die Präsuppositionen haben und teilweise rassistische Präsuppositionen und sozusagen die Präsuppositionen sind im Detail sehr unterschiedlicher Art und das können auch Präsuppositionen über ganz unterschiedliche Arten von Gruppen sein die aber wiederum alle sozusagen in dieses Raster passen aber dieses Raster würde ich sagen ist sozusagen eins was wir gewonnen haben in der historischen Analyse von der ganzen Vielfalt sozusagen von Präsuppositionen die sich so darbietet aber deshalb bin ich mir nicht so ganz sicher ob das wirklich zwei also mich interessiert nicht so sehr die Frage wie haben wir jetzt wie kommt jetzt dieses platonische Set von quasi Annahmen wie wird das jetzt in der Praxis instanziiert weil ich glaube das ist das falsche Bild also deshalb habe ich auch bewusst angefangen von den Dingen und den Präsuppositionen der Dinge weil das glaube ich das ist wo die Musik spielt gewissermaßen und wir können es dann analysieren und so einen Schritt zurücktreten und sehen hier gibt es Gemeinsamkeiten auch ja frag gerne nochmal nach wenn ich dich falsch verstanden habe also wenn man wenn man zur Frage was ist gemeinsam so eine Art von Rassisten durch sie haben alle Präsuppositionen antwortet dann hat man noch nicht wirklich gesagt was Rassismus als solches ist und ich glaube dein Interesse war eher enger zu sein und zu sagen was aus dieser Präsupposition rassistische Präsupposition machen aber dann die Antwort zu deiner generellen Frage von deinem Vortrag kommt nicht mit der mit der Antwort es gibt Präsuppositionen das ist nicht informativ eigentlich weil viele andere Sachen Präsupposition sind viele Arten von Präsupposition wenn du anfängst zu erklären was aus diesen Präspositionen rassistische Präsupposition dann fängst du an an deine Frage zu antworten und deswegen habe ich den Eindruck die Antwort ist nicht mit Präsupposition die Antwort ist einfach mit der Spezifizierung von welcher Präsupposition rassistische Frage ist etwas wie kommt es dass Gegenstände Leute Institution alle rassistisch sein können weil sie alle Präsuppositionen haben die rassistisch sind sie können alle Präsupposition träger sein das ist so irgendwie formal was nicht erlaubt Rassismus an verschiedene Arten von Dingen zu 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 zustimmen also genau diese Präsupposition Theorie weil es weit genug ist um nicht nur an Personen zu zuschreibbar zu sein sondern auch an Gegenstände Institution und so weiter also eine sozial ontologische Fragen wie kommt es sein dass eine gewisse Art von Einstellung von Gegenstände Leute und so eigentlich besitzt sein kann und da die Antwort ist Präsupposition erlauben mir so sozial ontologisch alle Sachen als etwas eingestellt zu beschreiben in diesem Fall rassistisch und dann gibt es die andere Frage was ist Rassismus sozusagen und die ist durch diese ich glaube man kann das nicht trennen weil man muss ja sozusagen also man könnte jetzt nicht mit dem Rassismus einsteigen weil man dann sozusagen bleibt es gewissermaßen eine Blackbox sozusagen bleiben all die Dinge in der Welt die von denen wir sagen wollen dass sie rassistisch sind wir können gar nicht erklären was die dann rassistisch macht also wir brauchen sozusagen irgend so was wie die Präsupposition das halte ich jetzt für besonders plausibel um erstmal zu zeigen es gibt irgendwie etwas was verschiedene ja auch nicht alle aber verschiedene Entitäten in der Welt teilen und die können jetzt rassistisch sein auf diese Weise aber ja genau aber ich glaube man braucht die Präsupposition weil sonst kommt man gar nicht vom Fleck gewissermaßen ja ich wollte nochmal nachfragen wo der Unterschied ist zwischen Annahmen und Überzeugung also oder zwischen Überzeugung und Annahmen falls man diesen Präsuppositionsbegriff überhaupt so verstehen darf oder zu interpretieren der Annahmen oder so und was an dieser ersten Ideologiedefinition ja so zu bemängeln ist weil da ja nicht nur die Überzeugungen auftauchen sondern auch die kausalen Rollen und die Unterdrückungsstrukturen oder ob es da jetzt nur darum ging dass es ein bisschen mehr betont werden soll in der neuen Definition und was eigentlich an diesen ganzen Definitionen uns davon abhält von irgendwie Weißenfeindlichkeit als Asismus oder so zu sprechen weil irgendwie könnte ich das nicht verteidigen mit der Definition also diese wo taucht da jetzt dieses historische oder so auf das an mir vorbeigegangen ja vielen Dank das sind ja gute Fragen genau also an der Definition von Shelby missfällt mir nicht dass er das mit dem Kausalen sieht also das ist sozusagen was was alle eigentlich Ansätze zur Ideologie versuchen zu machen dass sie sagen es gibt irgendwie etwas bedeutungsmäßiges sage ich jetzt mal was irgendwie Folgen in der Welt hat und irgendwie sowas möchte ich auch haben das Problem mit Shelby's Ansatz ist tatsächlich dass er einfach über Überzeugungen von Individuen spricht und das ist gewissermaßen damit bindet er das sozusagen an eine bestimmte Form und kann dann zum Beispiel nicht mehr erklären wie jetzt eine Institution wirklich rassistisch sein soll eine Institution hat keine Überzeugungen es haben Leute in Institutionen Überzeugungen aber nicht die Institutionen selbst Normen haben keine Überzeugungen und so weiter und so fort was ich sagen möchte mit den Präsuppositionen und das erlaubt mir jetzt auch noch mal auf was zu antworten was Daniel vorhin gesagt hat ist also ich verstehe Präsuppositionen so dass die sind da draußen also da geht es mir um sozusagen eine externalistische sozusagen Theorie mir geht es nicht darum was irgendwelche Leute im Kopf haben sondern mir geht es tatsächlich um Bedeutung von Dingen in der Welt die wir analysieren können und bestimmte Dinge können Annahmen haben auch wenn oder mit Präsuppositionen einhergehen auch wenn sich alle Beteiligten darüber täuschen oder das nicht wissen und dann kommt die Kulturwissenschaftlerin und sagt hey ich erzähle euch jetzt mal was interessantes über diese Spardose diese Spardose ist in der Era der Reconstruction in den USA auf den Markt gekommen also in der Zeit als die Sklaverei gerade abgeschafft war und in den Südstaaten der USA sich wieder irgendwie ein Regime der sogenannten Rassentrennung etabliert hat da kommt jetzt irgendwie so eine Spardose auf den Markt die sieht so und so aus und so weiter und so fort und dann können wir irgendwie was lernen darüber und wir hatten vorher gar keine Überzeugung über diese Spardose wir haben irgendwie ignorant irgendwie gelebt und haben vielleicht noch nicht mal verstanden was da irgendwie dargestellt wird und dann hilft uns die Kulturwissenschaftlerin jetzt sozusagen zu verstehen was hier sozusagen an Präsuppositionen sozusagen objektiv gewissermaßen drinsteckt so also das vielleicht so dieser und ich möchte das auch vielleicht nochmal nutzen um zu sagen mein Vorschlag also ich hatte das Gefühl Daniel bei dir war es jetzt irgendwie so wir haben auf der einen Seite Ansätze die kollektive Intentionalität betonen und irgendwie mentalistisch sind und dann haben wir irgendwie Ansätze die die Materialität betonen aber ich würde sagen da gibt es ja noch was dazwischen also ich würde mir das jetzt nicht also ich weiß nicht also in der Literatur zu kollektiver Intentionalität gibt es ja sehr unterschiedliche Vorschläge viele davon sind tatsächlich so sehr sehr eng da geht es dann jetzt ich überspitze es jetzt ein bisschen da geht es dann darum wir denken alle dass es Geld gibt also gibt es Geld oder sowas das finde ich irgendwie ein bisschen unplausibel man könnte sich ja auch vorstellen dass sozusagen Dinge Bedeutung in der Welt haben mithilfe eines praxisbasierten Ansatzes der uns erklärt wie diese Bedeutung also auf eine komplexe Art und Weise in die Welt kommt ohne dass man jetzt so ein sehr enges mentalistisches Bild davon haben möchte ich selbst habe keine solche Theorie aber ich möchte nur sagen ich glaube hier gibt es andere Optionen als das so also ich möchte mich auf jeden Fall nicht so verstanden wissen dass ich jetzt so ein mentalistisches Bild zeichnen wollte mit den Präsuppositionen weil für mich die Präsuppositionen auch was sind was sozusagen da draußen ist ach so genau Rassismus gegen Weiße ja tatsächlich ist das eine Frage ich muss gerade grinsen weil hier jemand sitzt der mir diese Frage vor zwei Jahren auch schon mal gestellt hat ich denke da immer wieder drüber nach ob ich das in diese Definition mit aufnehmen soll oder nicht und ich finde also ich habe mich bisher immer dagegen entschieden weil ich glaube erstens dass man diese ganze Diskussion gibt es Rassismus gegenüber Weiße sozusagen also man kann dagegen auch anders argumentieren historisch-politisch und muss das sozusagen nicht in die Definition unbedingt aufnehmen und ich glaube auch dass also jetzt sozusagen ich lese sozusagen einige Leute aus den Geschichtswissenschaften dazu die auch Interesse daran haben sich anzuschauen gibt es sowas ähnliches also ich möchte erst mal dazu sagen der europäische Rassismus war durch den europäischen Kolonialismus sozusagen ein Exportschlager und wir haben es sozusagen erfunden oder irgendwie in der Form wie es gibt und das ist sozusagen das ist erstmal sozusagen das sollten wir erstmal festhalten und so aknowledgen und stehen lassen es könnte aber natürlich trotzdem interessant sein sich anzugucken ob es zum Beispiel in China oder in anderen sozusagen Kontexten ähnliche Formen irgendwie gibt die wir dann vielleicht auch in der historischen Forschung als Rassismus bezeichnen wollen damit möchte ich jetzt aber nicht sozusagen irgendwas relativieren oder irgendwie sagen dass der europäische Rassismus wie er im Zuge des Kolonialismus entstanden ist irgendwie also ich möchte das überhaupt nicht sozusagen davon die Wichtigkeit sozusagen davon ablenken aber ich könnte mir vorstellen dass wenn man eine Definition hat dass es für eine Definition analytisch hilfreich ist ähm sozusagen diesen historischen sozusagen Kontext also das sozusagen nicht auch noch sozusagen auf bestimmte Kategorien irgendwie einzuengen aber ich sehe dass das eine relevante und wichtige Frage ist und ich tatsächlich beschäftige mich das auch also fortwährend sozusagen wie man das eigentlich definiert und ob man das aufnehmen sollte oder nicht ich hoffe das beantwortet Ihre Frage äh dann kann ich vielleicht noch ein bisschen äh noch ein bisschen mehr Druck auf diese diese Position die jetzt auch gerade die vorletzte die kurz dargelegt ist ich meine jetzt unabhängig davon ob man das irgendwie internalistisch oder externalistisch versteht in jedem Fall ist es ja so dass äh die semiotische Dimension von Rassismus für dich entscheidend ist und jetzt hast du das Beispiel das du gerade ausbestandiert hast war ja der Art dass äh die verdeckt sein kann also wir können sie vergessen ja äh ein Artefakt kann eine ganz bestimmte Geschichte haben und eine Bedeutung kann an diese Geschichte geknüpft sein aber gleichzeitig willst du ja betonen dass das eine exploratorische Rolle spielt und wie soll das eine exploratorische Rolle spielen wenn es eine rein historische Angelegenheit ist die die sich nicht irgendwie widerschlägt in in dem was tatsächlich heute noch äh irgendwie noch besteht ja so so schien das Beispiel irgendwie zu sein ja man könnte man könnte sich jetzt auch so eine Amnesie Variante davon vorstellen ja es ist so ein bizarres Artefakt aus einer vergangenen Zeit äh wir wissen eigentlich überhaupt nicht was das bedeutet ja ähm und jetzt kommt eine Historikerin oder vielleicht sogar eine Archäologin daher und stellt fest oh es gab mal diese ganze rassistische Weltordnung in der das eine bestimmte Rolle gespielt hat ähm das haben wir alle jetzt vergessen und aufgrund dessen können wir das irgendwie als ein rassistisches Ding gar nicht sehen aber das scheint auch keine kausale Rolle zu spielen oder? Ja das ist total gut dass du da nochmal nachfragst ähm und das dazu habe ich jetzt auch wirklich sehr sehr wenig gesagt äh in dem Vortrag ähm also erstmal erlaubt es mir nochmal darauf hinzuweisen dass natürlich also es können sehr sehr viele Dinge ähm rassistische Präsuppositionen haben aber nicht aber nicht alle diese Dinge werden irgendwie kausal besonders wichtig sein oder auch irgendwie dieselbe Rolle in der Welt spielen also die Spardose wird eine sehr andere Rolle in der Welt aktuell spielen ähm die wird vielleicht bei der Person wo sie sozusagen also genau bei Alice Hastas ist das Beispiel dass es in einem Café steht wo dann Leute ihr Trinkgeld irgendwie reinwerfen können oder so vielleicht könnte man lokal sagen dass das vielleicht bestimmte bestimmte Vorstellungen irgendwie ähm sozusagen anregt oder irgendwie normalisiert oder so aber jetzt eine Norm in der Polizeibehörde wird natürlich ganz andere Effekte in der Welt haben ja also ich glaube sozusagen das ist erstmal wichtig zu sehen dass sozusagen Dinge können rassistische Präsuppositionen haben aber nicht alle diese Dinge werden irgendwie gleich wichtig sein in der Welt und ich würde schon sagen also dass die dass die Dinge mit rassistischen Präsuppositionen die müssen in einer näher zu spezifizierenden geeigneten Beziehungen stehen zu sowas wie Handlungen Praktiken ähm von denen wir denken üblicherweise denken würden dass sie irgendwie sowas wie Effekte in der Welt haben und ich finde es jetzt aber nicht ganz unplausibel man kann sich jetzt eine Archäologin vorstellen die kann ja auch irgendwie sich was angucken aus einer vergangenen Kultur und kann irgendwie das irgendwie versuchen zu rekonstruieren und zu vergangenen Kultur wir mit denen gar nichts mehr anfangen und gar nicht sozusagen mit denen mehr arbeiten dass die kausal keine Rolle spielen es ist klar dass irgendwie diese Dinge müssen irgendwie auf eine geeignete Art und Weise in Handlungszusammenhänge in der aktuellen Welt einbezogen sein damit es hier sowas wie Effekte geben kann ja also das ist ein bisschen in meinem Vortrag tatsächlich also etwas zu kurz gekommen danke dass du nochmal nachfragst hallo ich habe nochmal eine kleine Frage zu der Präsupposition und ich finde den Ansatz eigentlich richtig super wie man so dann die impliziteren Formen quasi fassen kann ich frage mich nur was ist mit den offensichtlichen Formen also wenn es explizit angesprochen wird wir haben den Unterschied wir sagen okay das sind essentielle Eigenschaften und darüber ist jetzt jemand überlegen oder unterlegen das wäre ja dann keine Präsupposition mehr sondern es wäre explizit wie würde der Ansatz solche offensichtlichen Pelle von Rassismus denn einfangen ja ich bin ihnen sehr dankbar dass sie diese Frage stellen das ist vor ein paar Tagen aus meiner Vorlesung rausgeflogen weil ich keinen Platz mehr hatte aber das ist was also genau also am Ende also ich hatte tatsächlich ich weiß nicht das ist eine Feinheit ob das jemandem aufgefallen ist aber genau ich wollte nicht sagen dass nur dann wenn es solche Präsuppositionen irgendwie ein Ding hat das Ding rassistisch ist sondern es können auch andere Dinge rassistisch sein und dazu zählt rassistische Propaganda Rassentheorien Rassenwissenschaft all die Dinge die das sozusagen ganz explizit machen die haben auch Präsuppositionen natürlich aber da ist der Rassismus sozusagen im Vordergrund und nicht implizit in den Annahmen und also wenn ich daraus ein Papier mache dann werde ich die Definition auf jeden Fall darum erweitern weil das wäre absurd das auszuschließen also danke dass Sie diese Frage stellen und mir die Gelegenheit geben das noch hier zu ergänzen Dankeschön ich würde eine Frage noch mal zu den zu der Definition wann eine Präsupposition rassistisches stellen weil es da die Definition war irgendwie es muss an der Herkunft orientiert sein und irgendwie relevante wesenhafte Eigenschaften und eine Hierarchie beinhalten und das scheint mir sowas wie das Beispiel mit der Straße aus dem Kommentar nicht einzufangen wo man natürlich argumentieren könnte irgendwann kann man also irgendwie kann man das ja anpassen dass jetzt halt einfach noch eine vierte Komponente diese Präsupposition der Straße irgendwie erklärt weil sie halt nicht gebaut worden ist weil man dachte ist ja ein Ghetto also irgendwie im Kommentar wurde es über Ghettoisierung dann als Erklärung irgendwie benutzt das Wort und daran anknüpfend steht ja die größere Frage im Hintergrund gibt es überhaupt ein also ist das Prädikat rassistisch überhaupt sozusagen ein Konzept und wie Hamid Tayeb schon gefragt hat ist so der formale Teil irgendwie geklärt also verschiedene Dinge können rassistisch sein über Präsuppositionen aber die Frage ist trotzdem noch offen ist sozusagen Rassismus durch materielle Fakten Rassismus durch soziale Fakten Rassismus durch Einstellungen und so weiter sind das verschiedene Dinge oder kann man die plausibelweise unter einen Begriff fassen also in anderen Worten ist das Prädikat rassistisch was Präsuppositionen tragen kann man da sagen das ist ein Konzept oder nicht und ist die Frage damit überhaupt schon beantwortet das ist eine große Frage ich meine vielleicht nochmal zu dieser Straße zu dem Beispiel mit der Straße zurück also genau ich würde auch also ich glaube ich müsste auch mehr über den Fall noch wissen um da besser was dazu sagen zu können ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich vielleicht ist es auch in Ordnung rassifizierte Unterdrückung und Rassismus auch nochmal zu unterscheiden dazu würde ich vielleicht so ein bisschen tendieren also ich glaube dass es sehr viel Unterdrückung geben kann es kann auch sehr viel Folgen von vergangenem Rassismus geben ohne dass das notwendigerweise in der Gegenwart Rassismus sein muss also da genau müsste ich glaube ich nochmal so ein bisschen sozusagen überlegen und wie soll ich das sagen also naja doch auf gewisse Weise natürlich würde ich schon sagen dass all diese Dinge auf dieselbe Weise rassistisch sein können nämlich über rassistische Präsuppositionen also das ist sozusagen genau genau das ist das was die alle gemeinsam haben aber das macht die natürlich nicht jetzt also die Dinge selbst sind sehr sehr unterschiedliche Dinge so aber insofern die alle rassistische Präsuppositionen haben würde ich sagen gibt es hier was was die alle sozusagen teilen wir können die wir können das studieren in der wir können das analysieren in der in der sozialen Wirklichkeit aktuell in der Geschichte und wir sehen etwas was alle diese Dinge irgendwie verbindet und das ist dass sie eben sozusagen ganz grob gesagt dass es hier ein bestimmtes Raster gibt in das die fallen genau damit ja vielen Dank Christina und Daniel dass ihr uns Rede und Antwort gestanden habt die Verabschiedung kommt aus Düsseldorf genau die Verabschiedung und auch eine kleine Ankündigung nämlich für die nächste Woche nächste Woche haben wir wieder eine Doppelsitzung diesmal mit Viktoria Knoll und Max Kölbel Viktoria Knoll wird uns hier auch persönlich besuchen können Max wird sich dann per Zoom einschalten Viktoria wird sprechen über wenn Worte wichtig Zeichen Frau in ihrer theoretischen Einführung in metasprachliche Streits geht es ganz konkret um den Begriff Frau sie wird die Mehrdeutigkeit des Ausdrucks untersuchen und zwischen einer trans exklusiven Sex und einer trans inklusiven Gender Bedeutung differenzieren außerdem wird sie noch mal einführen in die Grundideen des Conceptual Engineering und da setzt dann auch Max Kölbel ein der auch ein Experte für Conceptual Engagement wie er es nennt und er unterscheidet in derselben Sitzung zwischen einem Begriffe beschreiben und einem Begriffe vorschreiben und differenziert dann zwischen deskriptiven Definitionen und preskriptiven Definitionen also nächste Woche diese beiden Themen aber jetzt zum Abschied noch mal ganz herzlichen Dank an euch beiden Christina und Daniel für eure Vorträge Co-Vorträge und besten Dank für die Fragen aus Berlin und auch hier aus dem Hörsaal Tschüss bis nächste Woche